Und wenn ich das mal rausnehme und die da reinpacke... Ich weiß doch, ob sie denn mitgenommen wird... Das ist mal eingefudelt bei den Nerven... Da kann ich jetzt keiner anbringen... Ich bin nicht hinter der Wand... So, das lock ich mal... Yo... Aber ich habe eh keinen Platz mehr... Oh man ey... Insert... Extract... Extract... 1 Sekunden... Wo du halt unten... Telerak so eine Kiste hinstellen... Wo du dich hochbauten kannst und dann da einfach die ganzen Sachen einschmeißen... Ich weiß nicht, wie der Generator funktionieren soll... Keine Ahnung... Ich weiß nicht, wie der Generator funktionieren soll... Ja... Du hast nie Ahnung... Ne... Weiß ich grad wirklich nicht, wie der eine funktioniert... Der eine geht ja... Der irgendwie nicht... Ähm... Ja... Schau mal... Schau mal... Schau mal mal... Schau mal mal... So ein Chef ist doch eigentlich schön stabil... Ne... Hm... Den... 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 Können wir vielleicht das rauspumpen... Wie viel da mal bauen wir mit... Und schau mal hin... So... ich bau ja denn noch... Energy... Irgendwas, ne, ich zeige mal ob ich jetzt irgendwas aufgesammelt hab. Hinter dir die, sammel bitte, dass du die abbeerntest. Du bist so behinderhaft. Ja, Skelett, wirklich. Hehe, jep. Ohne Kisse rum drauf oder so. Ähm, wie gesagt, ich hab da unten jetzt ne Kiste hingestellt mit dem Peserack dran. Okay. Ich fing grad hier unten am Tüfte. Jowo. Guck mal. Insert. Ich bin halt so ein bisschen beim Farm. Oh, es funktioniert. Ja. Ja. Gut. Kann ich dem Jungen denn auch noch ein bisschen... Warte, gab's nicht diese Sprengkler? Ja, ist denn die Sprengkler denn nochmal? Water. Watercan gibt's auch noch. Warte. Ich geh doch kleo. Ich hab vergess, mein Hummer zu- Helm aufzuladen. Aber jetzt, mit da wie ich alles geh. Oh! ... 71% ist schon eng am Ende nih fruitful auch Banana. Oh, schade! und gerade was essen wollen das hätte ich jetzt auch gesagt in der panel xp und ich habe das noch ach enderman killer ist auch abgeschossen ich habe gerade gesehen den leben habe ich noch ja mein gott machen die mich auch an hit wenn es auch wieder rein wieder ich soll jetzt funktionieren dafür ist das Ding da ja 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 du machst das schon irgendwie ich bin in Ordnung ich dachte die kennen wir jetzt noch für was anderes gut ok dann hole ich mal noch ein bisschen Dirt Dirt? ja irgendwie nicht los um ok erst ne? ok erst ich weiß so das wäre heil sollt ihr noch aufladen ok 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 naja ja wir müssen langsam Aufnahmepause machen ja ja wir hören wir dann schon ja ich hab dir doch gesagt der soll der soll da nicht machen 5.40 haben wir nicht äh wenn ich jetzt warte ist das das hier vor allem hab ich auch Hunger hm mach ich gleich auch aber ich lass mich eben die hier die Farben noch so fertig zu bauen und will ich mal gucken ich hoffe mal dass das auch so super funktioniert hat weil der Oberflow bei den Audiorepeater ist ein bisschen hochgegangen ok sollte aber funktioniert ja soweit alles komm mit dem baum dass er auf jeden fall da ist hier an Latte mhm 2.4 ein Abstand so das ist eigentlich schön wenn du alles extra einstecken kannst in den Zaun das ist ja meist auch immer besser aber hm das ist ja meist immer besser ey der macht das sogar automatisch die Dinger da hin zu pflanzen ja das ist doch gut macht er das mit den Coca-Beans auch ja ja macht er gerade hat er gerade automatisch hingesetzt cool hallo guck ich hab nichts daran gemacht äh nehm wenn ich den weg kann was auch vloggen guck gleich wieder ja von einen hin komm schon täusch mich nicht jetzt einen hin jetzt einen hin da hinten hat er gemacht hä ja hab ich das schon gesehen ja man baut ja die auch alleine ab ja ja ich seh das ich war da doch kein Baum mehr dafür ich weiß wie viel wir davon haben was du auf du brennen kannst nicht ich habe eine der muss erst mal cookies herstellen wie war denn noch mal cookies mit dem coca und jeweils daneben war das schwer dieser farbigen herzustellen weil da könnte man vielleicht noch mit holz aufstellen aber nur holz brettert du meinst farben station ich glaube das ging ich glaube da braucht dass du nur so ein kopf noch direkt okay was er in der europa können wir machen dass wir die recht und voller haben und dann können wir die aufnahme brauchen und ich kann daher kommen und cookies cookies die ersten cookies sind hergestellt jetzt brauche ich noch eine art blauen plantage genau alles klar und wir haben doch hier unten die chest für das nicht ins system gibt es eine maschine die automatisch wässern kann das weiß ich nicht weil es gibt diese worte winken und die kann von der maschine betrieben werden ich komme jetzt die cookies ins inventar als system dann könnte man das ding so machen dass das ganze zeit über den lied ist aber hier das bringt class des bringt klar geht da oder nicht weil das das bringt ja konnte doch irgendwie der kann baumühl drin haben ja ja und da braucht braucht er nicht ein ekos accumulator oder nur wasser drunter er braucht den da drunter aber auch hat runter nur wasser dann kannst du da drauf stellen den habe ich jetzt warte mal dann bin der mann und das bringt er kann das ding sogar nutzen die kennen dann dann brauchen wir aber ein bisschen koppelstern jetzt warum das denn weil wir nämlich dafür betrothium ingots brauchen und dann dafür trübel und dann block of diamond das wären dann was willst du denn bauen die water ring can rain fort einfach eine maschine betrieben werden die geht nicht kaputt okay ach du scheiße und dafür brauchen